Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Diskussion. Was nutzen uns die Sensoren? Wie können Bürgerinnen und Bürger in Bamberg ihre Stadt vermessen? Ich freue mich sehr, dass wir drei sehr interessante Gesprächspartner heute gefunden haben. Ich stelle Ihnen das Podium kurz vor und ich sage gleich dazu, dass diejenigen, die die Diskussion verfolgen, auch über den Chat jederzeit Fragen stellen können an das Podium. Die werden wir nach der ersten, zweiten Fragerunde auch nochmal aufrufen, bevor wir dann die Aufzeichnung beenden. Danach können wir dann auch noch weiter diskutieren. Ja, das Podium möchte ich Ihnen kurz vorstellen oder ich leite erst mal ins Thema ein, damit wir wissen, worüber wir reden. Sensoren leisten ja wertvolle Dienste, insbesondere in der Industrie, auch. Dort werden alle möglichen Sachen inzwischen gemessen. Zum Beispiel sind Signale über Positionen, Strömungen, Geräusche, Temperaturen, Luftreinheit und Ähnliches. All das wird gemessen im industriellen Umfeld. Die gewonnenen Daten werden dann insbesondere von Firmen auch genutzt, aber auch von Behörden genutzt, um Entscheidungen zu treffen oder Systeme zu steuern und einzustellen. Und natürlich passiert sowas auch in Bamberg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltamtes messen zum Beispiel die Luftgüte regelmäßig, auch Geruchs- und Lärmbelästigung in der Stadt. Und wir alle kennen das ja, vor ein paar Jahren war es noch so, da haben auch Studierende immer mal tageweise am Straßenrand gesessen und hatten so einen Klicker in der Hand und haben gezählt, wie viele Autos da vorbeigefahren sind. Das ist heute schon Vergangenheit. Dafür gibt es heute schon elegantere Lösungen. Aber es ist auch nicht mehr nur eine Sache von Verwaltung und von Industrie, Dinge zu messen und Daten zu erzeugen und Informationen über die Umwelt zu sammeln, sondern das kann jedermann machen. Denn wir alle haben heute normalerweise ein Handy in der Tasche und diese Handys, die haben ganz erstaunliche Fähigkeiten, weil die eben nicht nur Ton und Bild aufzeichnen, sondern zum Beispiel auch einen Bewegungssensor haben. Neben den Verbindungsmöglichkeiten wie WLAN, Bluetooth und ähnliches gibt es da eben auch einen Bewegungssensor und viele andere Möglichkeiten und Sensoren, mit dem Handy auch etwas zu messen. Und das kann man eben nutzen, damit auch Bürgerinnen und Bürger selber Daten sammeln und zu handlungsleitenden Informationen nachher verdichten können, wie man immer so schön sagt. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, mit einem Schwerpunkt auf das Klima, aber nicht nur. Und wir haben dazu drei sehr interessante Gesprächspartner gewonnen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Da ist zunächst Michael Götz. Michael Götz ist Softwareentwickler bei der Firma Lion5 in Bamberg. Herzlich willkommen. Hallo. Michael Götz ist deswegen auch heute hier, weil er IT studiert hat in Bamberg. Und in diesem Rahmen hat er auch eine App entwickelt und hat sich insbesondere mit den Möglichkeiten, Grenzen und Schwierigkeiten auch von Crowdsensing, wie man sagt, das heißt dem Messen durch ganz normale Bürgerinnen und Bürger beschäftigt. Der zweite in der Runde ist Heiko Küffner. Heiko Küffner ist Diplomjournalist und ist außerdem ehrenamtliches Vorstandsmitglied im Bamberger Bürgerverein Bamberg Mitte. Und er hat außerdem in dieser Funktion mit dem Bürgerverein auch schon ein solches Sensorennetz aufgebaut. Wir haben Temperaturmessstationen in der Stadt ausgebracht und bieten diese Daten auch zur Weiternutzung an auf einer Homepage. Guten Abend, Herr Küffner. Der dritte im Bunde ist vielen sicherlich schon bekannt. Das ist Professor Dr. Thomas Voken. Er ist Meteorologe und Umweltforscher und auch in Bamberg zu Hause. Und er ist ein engagierter Experte dafür, das Stadtklima zu erklären und zu beschreiben und auch sich Gedanken dazu machen, forschend und auch erklärend, wie man mit den klimatischen Bedingungen in Bamberg umgehen kann, wie man überhaupt erstmal evaluieren kann, was überhaupt im Klima in der Stadt sich verändert. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend bei uns ist. Guten Abend, Herr Professor Voken. Schönen guten Abend. Ja, meine erste Frage geht dann an den Herrn Küffner. Sie samt ja Vorstand im Bürgerverein Mitte und Sie haben dieses Temperaturnetzwerk eingerichtet. Ich glaube, die anderen Bürgervereine in Bamberg haben kein Temperaturnetzwerk. Insofern erlaubte ich mir die Frage, was hat denn den Bürgerverein Bamberg Mitte dazu bewogen, ausgerechnet ein Temperaturnetzwerk zu errichten? Also das war, man soll es ja nicht machen, aber es war auch ein Stück Eigennutz. Ja, weil ich gemerkt habe, ich wohne seit 13 Jahren mitten in der Stadt und seit vier Jahren an der Ecke Frauenstraße, vor der Graben, hinter dem Maxplatz. Und ich habe selbst gemerkt, es wird immer wärmer in der Stadt. Also ich habe wirklich Lauf in drei Monate lang mit kurzen Hosen, T-Shirt und Outdoor-Sandalen rum. Wenn ich in die Wohnung gehe, ziehe ich sogar noch T-Shirt aus. Und dann habe ich irgendwann das Buch gelesen von Thomas Voken oder das gesehen und habe gedacht, Mensch, für den Bürgerverein, für unser Magazin, für unsere Umschau, könnte er doch mal das Klima für die Inselstadt, ja, wir sind auf der Insel zwischen diesen zwei Flüssen, könnt ihr doch mal einen Bericht schreiben. Und dann hat er gesagt, Mensch, das wäre doch mal eigentlich was für die Mitglieder von Bürgervereinen, so ein Temperaturmessnetz aufzubauen. Und ich habe dann an meinen Vater gedacht, ja, also wir Bürgervereinen sind ja eher ältere Mitglieder und der hat eine Freude immer am Temperaturaufschreiben, jeden Früh in seinem Garten, dachte, das ist was für unsere Mitglieder und dann haben wir zehn Stationen bestellt und die dachten, es reißen sich alle drumherum, also kostenlos verteilt an unsere Mitglieder und die mussten ja anpreisen wie Sauertier. Ja, aber jetzt hängen sie und dank dem Thomas Voken auch richtig und nicht von der Sonne beschienen und in zwei Meter Höhe und das sind jetzt zehn Stationen, der Elfte wollen wir am Maxplatz aufhängen und was wir eben festgestellt haben, da wird der Thomas Voken noch dazu sagen, also bloß die Temperaturen vom letzten Jahr im Sommer, wir haben 92 heiße Tage heißen die, glaube ich, also mehr als 25 Grad, das sind drei Monate, ja, und wir haben, glaube ich, 42 oder 41 Tage über 30 Grad, ja, bis 35, 39, das sind eineinhalb Monate. Und ich merke, wenn man wirklich in der Stadt direkt drin wohnt, willst du da noch einkaufen, willst du da noch einen Kaffee trinken, ja, und es ist ein steinreiches Klima außenrum, die Plätze, die Kirchen, das ganze Weltkulturerbe, ja, wird heiß und, wie gesagt, italienische Verhältnisse eigentlich ganz schön, aber manchmal schon unerträglich, ja, das wäre es eigentlich. Ja, vielen Dank, also die Frage, wann wird es mal wieder richtig Sommer, ist damit eigentlich beantwortet, da lacht auch längst niemand mehr drüber, über diesen Karlauer, und der Bedarf ist also da, zu wissen, wie entwickeln sich denn diese Temperaturen. Jetzt haben Sie damit angefangen, interessant wird es natürlich, wenn man über mehrere Jahre das auch, das auch weiterverfolgt. Solche festen Temperaturstationen sind ja eigentlich das Instrumentarium, das Meteorologen schon seit über 100 Jahren benutzen. Das, was Michael Götz gemacht hat, nämlich eine Crowdsensing-App zu entwerfen und Menschen aufzurufen, auch mit ihren Handys Daten zu sammeln. Das ist ein neuer Ansatz, und das wollen wir ein bisschen diskutieren, was das bringen kann und was für eine andere Art von Daten und welche Qualität von Daten man damals auch bekommen hat. Und jetzt, Herr Götz, Sie haben auch schon einige Erfahrungen damit besammelt. Wir sind übrigens nicht verwandt und nicht verschwärgert, soweit ich weiß. Und können Sie uns denn sagen, was sind denn die Schwierigkeiten und was sind denn die Möglichkeiten, die so ein Crowdsensing-Ansatz bietet? Ja, Crowdsensing an sich ist eben ein Riesenfeld. Ich habe mich jetzt im Mobile Crowdsensing mehr beschäftigt, also das Messen mit Handys. Und auch insgesamt bei Crowdsensing gibt es halt viele Probleme. Vor allem eines der schwierigsten Punkte ist, man muss erst mal die Leute dazu bekommen, Sachen zu messen. Das kann aus verschiedenen Gründen sein. Am einfachsten ist natürlich, wenn man einen Anwendungsfall findet, wo Personen von intrinsischen Verhalten aus Sachen berichten möchten, wie zum Beispiel, hier ist es laut und es stört mich und ich möchte es irgendwie mitteilen, damit es behoben wird. Dadurch kann man natürlich leicht Leute dazu animieren, das zu tun. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, bei denen ist es nicht so leicht, Leute zu animieren und da braucht man andere Anleitssätze. Ich meine, der einfachste Weg, Leute zu animieren, ist natürlich, wenn man vielleicht Geld ihnen gibt dafür, dass sie das tun, regelmäßig. Aber das wird dann ziemlich schnell teuer, deswegen geht man auch gerne mal dann so einen Gamification-Ansatz, wo man sagt, man bekommt irgendwie Rewards, irgendwie eine Medaille, wenn man so und so auf Messungen gemacht hat. Oder vielleicht kann man das auch dann verbinden, eben mit Gutscheinen oder so, dass man sagt, okay, wenn man 100 Messungen gemacht hat, dann kriegt man 10 Euro Gutschein oder sowas. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, Leute zu animieren. Ein anderes großes Problem bei Crowdsensing ist eben die Datenqualität. Wir haben dann viele Leute draußen mit Sensoren, die aber keine Experten sind in dem Bereich, wo sie messen sollen. Und deswegen muss man daran wiederum entweder über die Quantität gehen, schauen, dass es ein möglichst einfacher Ablauf wird, gucken, dass man durch die Quantität auch menschliche Fehler herausrechnen kann wieder. Also die hängen schon zusammen. Zum einen muss man viele Leute animieren, um dann wieder bessere Datenqualität zu bekommen. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch der Datenschutz. Das habe ich bei mir, also ich habe versucht, möglichst transparent zu sein. Also wie werden Daten verarbeitet, um halt auch Leute besser ins System zu holen, weil viele haben halt dann Angst, oh Gott, welche Daten teile ich hier mit den Leuten? Mischte ich das überhaupt? Kann man das auf mich zurückverfolgen? Deswegen ist es da auch wichtig, transparent zu sein. Und dann ist halt noch immer so der Kostenfaktor von so Applikationen, wenn man pro Anwendung eine Applikation entwickeln muss, um das dann, dass wieder Leute nutzen können, dann ist das natürlich auch sehr teuer. Deswegen muss man auch da gucken, dass man möglichst die Kosten gering hält. Und genau, da gibt es ziemlich viele verschiedene Probleme, wo es auch verschiedene Lösungsansätze gibt. Da muss man immer auf dem Anwendungsfall auch gucken, wie man da vorgeht. Genau. Wenn ich eine kurze Nachfrage stellen darf. Ich nehme an, die Zielgruppe von Ihrer App waren vor allen Dingen digital-affine, tendenziell eher jüngere Menschen. Spielt das eine Rolle bei der Gewinnung der Daten? Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass gerade ältere Menschen noch mehr unter extremer Hitze in Innenstädten leiden. Aber die sind vielleicht jetzt nicht die Ersten, mit dem Handy rauszugehen und Messungen vorzunehmen. Aber vielleicht irre ich mich da ja auch. Ja, also um die Daten zu überheben, zumindest mit Handys, muss man natürlich zum einen schon ein bisschen affin sein mit dem Handy, gut umgehen können. Und dann, wenn man im Grunde ein Handy bedienen kann, kann man theoretisch auch alles, was man messen möchte, mit dem Handy auch messen. Ein Vorteil ist bei Crowdsensing allgemein, dass man natürlich auch nicht nur die Sensoren im Handy nutzen kann, sondern auch die Personen, die das Handy benutzt und im Text eingeben oder im Dropdown fällt, können schon sehr viele. Deswegen muss man da nicht bei jedem Anwendungsfall sehr technisch affin sein. Okay, ja, wir kommen darauf noch zurück. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben all diese Widerstände und Schwierigkeiten überwunden und haben jetzt eine große Menge von Bürgerinnen und Bürgern gesammelten Daten über Temperaturentwicklungen in der Stadt, vielleicht so eine Art Feedmap, die ja dann auch ganz konkret etwas mit der Temperatur in der Stadt zu tun hat. Und die Frage richte ich jetzt mal an Professor Vorken. Für wie groß halten Sie denn das Potenzial von solchen zusätzlichen, von den Menschen selber gesammelten Daten, jetzt sowohl mit der App auf diesem ganz neuzeitlichen Weg eigentlich oder auch dadurch, dass Privatleute auch Sensoren unter Anleitung von Fachleuten installieren, in der richtigen Höhe, nicht in der Sonne hängend, und dass man da auch private Netzwerke zusammenschaltet. Wie groß ist das Potenzial? Und inwiefern können bei den starken Veränderungen, die wir in unseren Innenstädten gerade auch bei den Temperaturen, beim Klima sehen, inwiefern kann das tatsächlich nützlich sein? Ja, wenn wir uns das gegenwärtige Potenzial angucken, was den Kommunen an Daten zur Verfügung ist, dann ist es beispielsweise die Wetterstation Bamberg. Die liegt außerhalb der Stadt in einem Kaltluftquellgebiet und Kaltluftsammelgebiet. Das heißt also, die hat bei Weitem nicht diese Extremwerte, wie wir sie in der Stadt haben. Die Kommunen nutzen heute regelmäßig sogenannte Reanalyse-Daten. Das sind also durch Modelle sozusagen rückgerechnete Daten, die für größere Flächeneinheiten, also etwa so 2 mal 2 bis 5 mal 5 Kilometer gelten. Und wenn man das mal anguckt, was für Bamberg da herauskommt, dann haben wir also drei Open-Nächte in 100 Jahren in Bamberg. Das sind Nächte, wo die Temperatur in der Nacht nicht unter 20 Grad geht. Im vergangenen Jahr hatten wir 13 Open-Nächte in der Stadt. Das heißt also, wir können mit diesen Daten, ich komme ja auch vielleicht nochmal drauf, die Güte insgesamt, wir können mit diesen Daten den Kommunen wirklich sagen, was in der Stadt temperaturmäßig los ist, was sie sonst überhaupt nicht zur Verfügung hätten. Und die Kommunen sind angehalten, sie müssten es eigentlich schon haben, Hitzeschutzpläne zu machen. Das heißt, es müssen Pläne gemacht werden, welche Gebiete der Stadt sind besonders gefährdet. In welchen Gebieten muss ich dringend etwas tun, durch Begrünung, durch Fassadenbegrünung, durch Bäume und Ähnliches, das lokale Klima angenehmer oder zumindest sozusagen ertragbarer zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir im vergangenen Jahr in Deutschland fast 5000 Hitzetote hatten. Das ist also auch eine Größe, ich weiß nicht, wie viele das in Bamberg sind, aber Bamberg ist, neben Würzburg sind das die wärmsten Städte in Bayern. Das darf man nicht vergessen. Ja, und damit die Kommunen damit arbeiten, und das ist ja auch das, deswegen ist das in Smart City ja ganz interessant, brauchen wir ja zusätzliche Daten noch. Wir können nicht nur mit der Temperatur umgehen. Ich will Ihnen das nur ganz kurz erklären, am Spezialkeller. Die Bamberger kennen den Spezialkeller, die gehen abends auf den Keller, setzen sich vorne hin, wo sie die schöne Aussicht haben, und die zu spät kommen müssen unter die Bäume. Die da vorne sitzen, die frieren recht bald und ziehen sich Jacken an und verbrücken sich wieder, während die anderen unter den Bäumen noch lange aushalten. Die Temperatur an beiden Orten ist dieselbe, aber wo sie unter den Bäumen sitzen, da strahlen sie ihre Wärme gegen die Bäume, die auch die Lufttemperatur haben. Wenn sie vorne an der Brüstung sitzen, dann gegen den kalten Nachthimmel. Und sie frieren deswegen, weil sie Wärme verlieren. Und das ist ein Problem in den Städten. In den Städten sind die Mauern aufgeheizt. Und das Pflaster ist aufgeheizt. Und sie bekommen also in der Stadt in der Nacht keine Abkühlung. Das heißt, sie müssen ihre Temperaturraster noch mit einem Raster der Bebauungsdichte, der Steine und Ähnliches sich angucken. Und dann bekommen die Kommunen ein wunderbares Bild, wenn sie das digital zusammenfassen und vielleicht auch noch ein paar Leute, die mit dem Handy rumlaufen. Und die Daten können wir ja auch noch mitsammeln. Dann ist den Kommunen ein Handwerkszeug über Smart City gegeben, wo sie dann sehr, sehr gezielt ihre Maßnahmen im Hitzeschutz und so weiter und in der besseren Anpassung an den Klimawandel tun können. Und in dem Sinne ist so ein Temperaturnetzwerk etwas Wunderbares, das den Kommunen wirklich abrufbare und klare Daten in die Hand gibt. Vielen Dank für die Einschätzung. Es freut mich natürlich auch als Programmleiter Smart City, dass die Arbeit der Smart City da wertgeschätzt wird und dass wir uns einig sind, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen in Bamberg und nicht nur die Verwaltung, nicht nur die Stadtpolitik, sondern alle Menschen Daten in die Hand bekommen, um sich ein Bild zu machen und auch Entscheidungen zu treffen. Sie haben die Begrünung von Fassaden, Baumpflanzung in der Stadt genannt. Das ist, glaube ich, jedem einsichtig, dass das eine Maßnahme ist, die dann zu einem angenehmeren Mikroklima führt und auch der Aufheizung entgegenwirkt. Aber so ganz an extremen Stellen, wo also nur Stein ist und diese Aufheizung, von der Sie gesprochen haben, könnte Wasser in der Stadt da auch eine Rolle spielen? Ich meine, klar, die Regnetz, die ist halt einmal da. Dann kann man jetzt nicht die Regnetz über den Maxplatz laufen lassen. Aber tatsächlich würde es etwas bringen, nachts den Maxplatz einmal oder zweimal mit Wasser abzuspritzen, über die Verdunstungskühle was zu machen? Oder ist es völlig eitel, sowas anzufangen und der Effekt ist eigentlich nicht messbar? Der Effekt ist vorhanden. Das heißt also, was nichts bringt, wäre also, sagen wir mal, so einen kleinen Wasserlauf in die Stadt bringen mit einer ganz kleinen Oberfläche. Der bringt nichts. Also ich müsste das Wasser zerstäuben am Tage oder ich müsste die Straßen sozusagen immer mal sprengen. Die Frage ist, woher nehme ich das Wasser? Das Wasser ist nämlich auch knapp. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir das nicht damit verbinden, dass wir uns den Schwammstadt ausbauen, dass wir also das überflüssige Wasser bei Starkregen und bei Regen sammeln und dann für solche Zwecke eben haben. Das heißt also Speicherbecken, wo überschüssiges Regenwasser gesammelt ist und das kann dann in der Stadt versprengt werden, dann geht das. Aber sie finden, sie haben im heißen Sommer nicht mehr das Wasser in der Regens oder im Grundwasser, was sie dafür nehmen können. Das Ziel wäre dann also, die Schwammstadt aufzubauen, die selber ihr Wasser sammelt. Aber dazu gehört eben auch, dass die Schwammstadt viele mehr offene Flächen hat und weniger sozusagen zugepflasterte Flächen. Das ist ein riesiges Problem. Ja, vielen Dank. Da gibt es aber Ideen dazu, zur Schwammstadt Bannberg. Ja, also es gibt Ideen zur Schwammstadt Bannberg und ich weiß auch, dass andere Modellprojekte des Smart Cities die es auch das Thema Wasser in der Stadt zu ihrem zentralen Thema gemacht haben. So wie wir gesagt haben, das Welterbe, das smarte Welterbe und das Bewahren des Erbes auch im Sinne von Nachhaltigkeit und Ökologie natürlich und Klimaanpassung ist unser Zentrum. So haben die gesagt, die Schwammstadt und das Wasser in der Stadt und die Klimaveränderung in der Innenstadt ist unser Thema. Da können wir auch mit dem Blick auf andere Städte ganz, ganz viel lernen. Und danke auch, ich bin in Koblenz aufgewachsen am Rhein und in meiner, in meinen ersten 20 Lebensjahren hat es genau einen Sommer gegeben, wo man mal extremes Niedrigwasser hatte, wo man fast durch den Rhein durchlaufen konnte. Inzwischen ist es ja fast jedes Jahr so, dass irgendwann die Schifffahrt eingestellt wird, weil keine Handbreitwasser mehr unterm Kiel ist. Und insofern das Thema Wasser und Niedrigwasser sicherlich ein ganz wichtiges. Ja, da muss ich noch ergänzen, wir bekommen ja viel Wasser in die Regen jetzt von der Donau rüber und ich glaube, dass wir die Donauanrainer uns sehr übel nehmen, wenn wir das Wasser, was sie uns hier in den Kanal reinpumpen, wenn wir das über unsere Straßen gießen würden. Auf jeden Fall. Ja, ich würde die Frage gerne nochmal an Heiko Kückner zurückgeben. Sie sind ja nur als Bürgervereinsvertreter das klassische Sprachrohr seit über 100 Jahren auch schon der Bamberger Bürgerinnen und Bürger. Was bringt dann dieses Crowdsensing aus Bürgerinnen und Bürger? Was erhoffen sich die Menschen, die bei Ihnen im Bürgerverein sind oder die auf Ihren Veranstaltungen auch sind? Was erhoffen die sich von solchen Daten und der Beteiligung auch an solchen Projekten? Zum einen sieht man ja dadurch, dass die Temperaturunterschiede zwischen der Station vom Deutschen Wetterdienst und unseren Messungen in der Stadt, also dass die ziemlich abweichen im Sommer und in der Nacht auch. Und es ist einfach eine Sache von Lebensqualität. Also wenn du drei Monate über 25 Grad hast, dann ist es vielleicht mal für einen Touristen, der hierher kommt, angenehm. Aber wenn du hier lebst, dann geht es schon die Grenze, auch wenn du hier arbeitest. Ich habe also mein Büro auch in der Wohnung. Und gut, auch zum Beispiel Arbeitnehmer, die in der Stadt wohnen, die können sehen, in der Stadt arbeiten, von auswärts kommen. Die können sehen, wie warm ist es denn überhaupt tatsächlich dort. Wir haben eine Station im Innenhof vom Sternlern im Biergarten. Der Wirt, der war wirklich erstaunt, wie warm es bei ihm ist. Und das ist ja auch eine Sache, über 30 Grad, da schmeckt halt dann ein Schäferlein nicht mehr unbedingt. Die vielen Leuten. Und auch Gesundheits-Todesrate, dass einer umkippt, steigt alles. Oder auch er selber, der kann betroffen sein, oder seine Bedienungen. Wie da auch Arbeitsschutz. Und das sind so Sachen, also was man für Vorteile hat. Und ich meine, wir überlegen uns ja, wir haben letztes Jahr eine Anregung für einen Hitzeschutzplan an die Stadt weitergegeben. Der ist auf unserer Homepage. Da haben wir, glaube ich, 20 Vorschläge gemacht, was man machen könnte. Also auch zum Beispiel Flächen zum Fluss öffnen. An Bannberg, man kommt ja nicht ans Wasser ran. Man muss ja kein Schwimmbad machen, aber vielleicht Tauchbecken, wo man einfach nur ins Wasser tauchen kann. Da ist halt vielleicht auch das Weltkulturerbe nicht ein Fluch, aber hinderlich, weil am Kranen könnte ich zum Beispiel nicht wunderbare Stufen ans Wasser bauen. Gibt wahrscheinlich nichts. Kann ich mir vorstellen. Ja, also deshalb wird es auch, oder auch Häuserbegrünung, ja, darf das überhaupt sein, ja, in einer mittelaltigen Weltkulturerbe statt, wenn man die nicht mehr sieht, ja, sind ja lauter solche Sachen. Also auch, es gehen ja auch keine Photovoltaikanlagen oder Solartermieranlagen, ja, auf den Dächern, ja, weil von Mittelsberg musst du freie Sicht haben, mittelaltige Dachlandschaft ist eine der Gründe für Weltkulturerbe. Die UNESCO ist gerade dran, dies zu berücksichtigen in ihren kommenden Beschlüssen oder Anpassungen, weil Bannberg muss sich halt auch anpassen, ja, also das Weltkulturerbe nutzt niemanden was, wenn es hier so heiß wird, dass weder Tourist noch Einheimischer Lust hat, diese Stadt zu bewohnen, diese im Sommer, ja. Und wir haben ja gedacht, wir müssten jetzt über in der Stadt Stationen aufhängen, ja, so eine Netatmungsstation kostet allen 200 Euro mit Schutzhütte, Klimaschutzhütte und haben aber Gott sei Dank einen Weg gefunden, also der Mitglied von uns, der das jetzt betreut, dass wir auch die Daten der anderen Stationen, der Bannberger Stationen auswerten können. Und das ist natürlich schon ein Riesenschritt, da können wir nämlich zum Beispiel mit den anderen Bürgervereinen, können wir sagen, habt ihr nicht irgendein Mitglied in dem und dem Bereich, was jetzt besonders interessant ist und noch fehlt, ja, zum Beispiel mit Kaltschnellluft schneisen oder am Fluss oder, ja, Hitzespots auch und können das also für Bannberg noch, sagen wir mal, besser klastern auch und Ziel wäre es natürlich einen Hitzeschutzplan zu machen, ja, in Werfen für Bannberg. Wo sind die Hotspots, wo was gemacht wird. Großes Beispiel ist in dieser Richtung die Stadt Wien, die macht zum Beispiel, was wir auch überlegt haben, zum Beispiel Verschattungen, ja, von Straßen, ja, mit Seilzügen und Tüchern, ja, in Wien gibt es auch Stellen, die werden mit Wasserdampfnebel Straßen eingenebelt im Sommer, um die runter zu kühlen oder Cool Streets, das sind Straßenabschnitte, die werden also beschattet und mit Pflanzen vollgestellt und Wasser, Bottiche und Trinkwasser umsonst für die Bevölkerung, damit man sich erholen kann, ja, wenn man in der Stadt ist, weil hier gibt es keinen Schatten, ja, in der Stadt, also wenn Schatten, dann stehen Autos drunter, nördliche Promenade zum Beispiel, beste Beispiel, ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ich gebe die Frage mal an Michael Götz weiter, wenn Sie jetzt die Interessenlage von den Bürgerinnen und Bürgern und das, was Professor Voken zu dem Erkenntnisgewinn aus den Daten gesagt hat, wenn Sie das mal zusammenpacken und noch mal Stellung nehmen, inwieweit geht denn das, was Sie mit der Crowdsensing-App gemacht haben über die herkömmlichen Datengewinnungsmethoden hinaus und was ist der neuartige Aspekt, den wir dabei gewinnen? Ja, genau, also mit Crowdsensing hat man eben den Vorteil, dass man eben nicht nur den Sensoren selbst hat, sondern eben auch die Person, die das Device bedient und eine Person kann ja viel komplexere Sachverhalte auch erfassen und mitteilen, also damit könnte man theoretisch eben auch ganz andere Anwendungsfälle machen, also empfinde ich es für zu warm hier zum Beispiel könnte man da eben nehmen oder eben jetzt im Fall vom Lärm bei mir eben hört sich das zu laut an hier, fühle ich mich hier nicht wohl, weil es viel Unruhe ist und dann kann man eben auch solche Sachen mitteilen. genau im Fall vom Lärm ist es natürlich ganz gut erstmal abzustecken, wo es sind Gebiete, die vielleicht zu laut sein könnten mit Crowdsensing, das könnte man dann eben über die ganzen Personen erheben und dann um auch wirklich festzustellen, ob es zu laut ist, geht man halt dann doch nochmal mit einem Messteam raus und macht dann wieder die ganze normale Routine durch, aber genau, um erstmal so einen Überblick zu bekommen, wie schaut es denn eigentlich in der Stadt aus, ist eben Crowdsensing ganz gut, weil man hat eben diese beweglichen Sensoren, die durch die ganze Stadt laufen und Sachen erleben und erfahren und das eben mitteilen können. Vielen Dank. Dann kommen wir vielleicht schon zu einer abschließenden Frage, die natürlich dann hochspannend ist. Wie valide sind denn aus wissenschaftlicher Sicht solche von den Menschen selber gesammelten Daten? An Professor Fogen gerichtet die Frage, inwieweit kann man solche Daten nutzen und was gibt es da auch für Einschränkungen bei der Nutzung von solchen Daten? Denn es ist ja nicht dasselbe, wenn der Deutsche Wetterdienst in Offenbach etwas herausgibt oder wenn der Bürgerverein Bamberg-Mitte mit Hilfen von Bürgerinnen und Bürgern ein paar Daten gesammelt hat. Oder ist es doch vielleicht viel besser, diese Daten zu haben? Ja, wenn eine Kommune sozusagen Sachen Daten hat, mit denen sie irgendwelche Entscheidungen trifft, dann müssen das entweder vom Wetterdienst erhobene Daten sein, die also nach der Weltorganisation für Meteorologie erhoben werden oder es müssen Daten sein, die nach dem Bundesemissionsschutzgesetz erhoben sind. Das ist also beispielsweise die Station des LFU an der Löwenbrücke und ich bin, und ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, ich bin Vorsitzender Arbeitsgruppe Meteorologische Messung beim VDI und DIN und wir erstellen die Richtlinien, wie solche Daten zu erheben sind. Und wenn diese, wenn sie Daten erheben, entsprechen diese Richtlinien, dann entsprechen die den Bundesemissionsschutzgesetz und sind belastbar. Und wir haben also eine Richtlinie, die wird also jetzt im Mai veröffentlicht, zum sogenannten Crowdsourcing Meteorologischer Daten erstellt. Das heißt, in dieser Richtlinie steht also alles drinnen, wer, wie, wo, wann solche Daten messen kann, mit was für Geräten und was eben ganz wichtig ist, wie muss ich die Qualitätskontrolle dieser Daten machen, damit diese Daten dann auch belastbar sind. Das heißt, es muss eine Qualitätskontrolle gemacht werden, die Daten rausschmeißt, die offensichtlich falsch sind, die nicht richtig installiert sind, das erkennt man durch die Unmenge an Daten, die ich habe, kann ich dann feststellen, was stimmt und was stimmt nicht. Und wenn diese Richtlinie da ist und wenn das Netzwerk beispielsweise bei Smart City integriert ist und der Nachweis erbracht wird, dass das Netzwerk nach dieser Richtlinie bearbeitet wird, dann sind die genauso vertretbar und belastbar für eine Kommune, als ob der Deutsche Wetterdienst eine Wetterstation auf dem Maxplatz errichtet hat. Also in der Hinsicht ist eigentlich alles gegeben, was wir jetzt bei dem Bürgernetzwerk gemacht haben, um eine hohe Zuverlässigkeit zu bekommen. Da gibt es eine Anleitung, wie der Sensor erstellt werden muss. Die Bürger müssen sogenannte Metadaten liefern, dass wir also sehen, wie der Sensor ist, dass wir also sehen, wenn die Sonne da drauf scheint, dann kann man automatisch das ausblenden, weil wir wissen, wann die Sonne da drauf scheint und wir haben die Universität Bamberg gewonnen, in der Informatik, die arbeitet jetzt faktisch an einem Software-Paket für Bamberg, wie man also die Daten einsammelt, wie man offensichtlich falsche Schlachen herausnimmt und wie man das Ganze noch bewertet. Das ist aber eine Zusammenarbeit, da muss der Experte mit hinzugucken, denn wenn man beispielsweise sieht, die Station in Neu-Venedig oder Klein-Venedig, die ist also immer etwas kühler als die Stadt, aber wenn wir negative Temperaturen haben, ist sie wärmer als die Stadt, weil eben die Stadt noch kalt ist, aber das Wasser ist warm und man kann nicht generell sagen, die muss immer kälter sein als das andere, das muss abgeschätzt werden und zu diesem Crowdsourcing gehört in der Regel, dass man ein oder zwei Referenzstationen hat, wie also die Wetterstation und die Station an der Löwenbrücke, sodass man also das ganze Netzwerk immer vergleichen kann, dass es nicht sozusagen aus der Bahn herausläuft und wie gesagt, wenn das richtig gemacht ist und die Uni Bamberg ist dabei, das richtig zu machen, dann ist das für die Stadt wirklich belastbar, verwertbar und die Stadt kann sich auf das Bundesemissionsschutzgesetz berufen. Wir führen am 17. Oktober in Wiesbaden ein Expertenforum vor, wo also Kommunen, die das schon installiert haben, lange wie Wien oder Firmen, die das für Städte installiert haben, wie wir es in Zürich, Basel und Palin haben, die führen das vor und Bamberg wird auch sein, die Uni wird das Cloud-Sourcing-Netzwerk für Bamberg mit vorstellen. Sehr schön. Sie haben die Chance, es wirklich nutzen zu können. Spannende Sache, vor allen Dingen, wenn dann die Bamberger Bürgerinitiative eigentlich zusammen im Verbund mit Experten wie Ihnen und der Universität dann am Ende gegen Firmen antritt und eigentlich auch eine Lösung anbietet, die auch durch Eigeninitiative trotzdem aber mit einer entsprechenden Qualitätssicherung auch kommen kann. Eine Nachfrage dazu noch bei der Beurteilung, ob die Daten aus dem rausgenommen werden müssen, weil sie einfach offenbar Fehldaten sind und wie valide die Daten sind. Da wird ja niemand bei der Stadt Bamberg dafür eingestellt, diese Daten händisch rauszusortieren. So ein System muss ja hochgradig automatisiert sein. Ist das dann auch ein Feld, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wird? Also sind das lernende Systeme oder ist das mehr oder weniger eine Mechanik, die angewandt wird, die einmal das gelernt hat und dann einfach mechanisch raus sortiert, was ein offensichtlicher Fehler ist? Der erste Schritt ist mechanisch, aber künstliche Intelligenz ist sozusagen die Zielfunktion. Ja. Dann haben wir mit unseren 19 Professoren, ich glaube, es ist keine Professorinnen darunter, die in Bamberg zum Thema künstliche Intelligenz antreten, auf jeden Fall auch starke Partner an Bord, um das dann dahin zu entwickeln. Und ich glaube, die sind auch sehr froh, solche lebensnahen und nützlichen Anwendungsfälle zu bekommen und sich damit beschäftigen zu dürfen. Das ist ja das Schöne, dass die Begeisterung auf Seiten der Forschung, wenn wirklich Engagement da ist und wenn das, was sie bearbeiten dürfen, Relevanz hat, dann ist der Wille da auch immer groß. Sie als Meteorologe haben das Glück, dass die Leute sich fürs Wetter immer interessieren. Wenn jemand künstliche Intelligenz lehrt, interessiert es meistens nur Spezialisten, bis man erklärt hat, dass es auch für jedermann nützlich sein kann, aber da sind wir bei Smart City ja auch mit dran. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, bei Michael Götz, bei Heiko Küffner und einem Herrn Professor Vorken für die Antworten. Wir schließen jetzt die Aufzeichnung, danken für das Interesse und für diejenigen, die zugehört haben, besteht jetzt gleich nach dem Ende der Aufzeichnung auch noch die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Vielen Dank aber erst mal und einen schönen Abend.